Seien Sie herzlich willkommen zur sechsten Vorlesung Organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir uns an, wie wir konjugierte Doppelbindungen funktionalisieren können. Sehen wir uns mal das Konzept der Konjugation von Doppelbindungen am Beispiel von Bensol an. Der IUPAC-Name dafür ist Benzen und die Struktur, die wir für das Bensol kennen, geht zurück auf August Kekulé, ein deutscher Chemiker, der laut der Geschichte einen Traum hatte, in der er sich das Benzen als eine Schlange vorstellte, die sich selbst in den Schwanz beißt. Dies führte dann zu diesen folgenden Darstellungen, die Sie hier links oben auf der Folie sehen, in den Berichten der Deutschen Chemischen Gesellschaft von 1896, in der sechs Affen, ja, äquivalent zu den sechs Kohlenstoffatomen im Benzol, sich jeweils die Hände reichen für eine Einfachbindung und ihre Schwänze miteinander verknoten für die Doppelbindung. Ja, habe ich chemisch deutlich geschickter ausgedrückt als mit Äffchen, findet das Ganze hier statt. Das sind die drei Schreibeweisen für Benzen, die Sie bereits kennen, jeweils dargestellt mit den Doppelbindungen. Das ist sehr sinnvoll für Reaktionsmechanismen, aber wir wissen auch, dass wir diese Doppelbindungen jeweils umlagern können um eine Position und somit die Resonanzstruktur des Benzols hier erhalten. Ja, das ist äquivalent zu einer kompletten Delokalisierung, also Konjugation dieser Doppelbindungen, dargestellt durch diesen Ring im Benzolring. Und das Ganze ist natürlich nicht zu verwechseln mit dem Zyklohexan, bei dem wir jeweils sp3-hybridisierte Kohlenstoffatome hier an diesen Eckpunkten haben, mit jeweils zwei Wasserstoffgruppen an jedem Kohlenstoff. Ja, das heißt also an diesen Pi-Molekularorbitalen, die hier durch diesen Kreis dargestellt werden, beteiligen sich sechs P-Orbitale, ja, aller sechs Kohlenstoffatome. Das sehen Sie hier unten dargestellt. Wir haben also hier in Rot das Sigma-Gerüst, ja, dieses Kohlenstoff-6-Ringes mit jeweils einer CH-Gruppe. Wir haben hier also sechs sp2-hybridisierte Kohlenstoffatome. Und Sie erinnern sich an die vorigen Vorlesungen. Jedes dieser sp2-hybridisierten Kohlenstoffatome hat ebenfalls noch ein Senkrecht zu diesem Sigma-Gerüst stehendes P-Orbital. Und diese können alle kombinieren zu unseren Pi-Elektronen-6-Stat. Ja, das heißt also, das ist im Prinzip dieses komplett delokalisierte Pi-Elektronensystem, in dem sich sechs Pi-Elektronen aufhalten. Ja, diese Schreibweisen werden natürlich der eigentlichen Struktur von Bindsoll nicht gerecht. Wenn wir wirklich lokalisierte Doppelbindungen hätten, wären diese beiden Resonanzstrukturen um 124 Kilo Joule pro Mol weniger stabil als das komplett delokalisierte System. Den Einfluss von Konjugation oder Delokalisierung von Pi-Elektronen können wir uns ein bisschen veranschaulichen anhand des Konzepts der Hydrierwärme. Sie erinnern sich in Vorlesung 5, Hydrierwärme war die Energie, die frei wird bei der Hydrierung einer Doppelbindung. Das heißt also bei der Umsetzung einer Doppelbindung mit Wasserstoffgas. Schauen wir uns hierzu das hypothetische Molekül Zyklohexatrien an. Ja, das wäre quasi unser Binsolring, aber wir gehen deswegen in Anführungszeichen, wir gehen in diesem Zyklohexatrien von keiner Delokalisierung aus. Ja, das heißt also wir betrachten diese Doppelbindungen als drei isolierte Doppelbindungen. Hydrieren wir jetzt eine dieser Doppelbindungen, ja, wird eine Hydrierwärme von minus 125 Kilo Joule pro Mol frei. Ja, hydrieren wir dann nochmal eins weiter, ja, haben wir wieder einen Energiebetrag von 125 Kilo Joule pro Mol, wieder eine isolierte Doppelbindung und hydrieren wir komplett durch. Ja, also alle drei Doppelbindungen haben wir insgesamt dreimal 125 Kilo Joule pro Mol an Hydrierwärme. Das heißt also, die Hydrierwärme einer isolierten Doppelbindung beträgt diese 125 Kilo Joule pro Mol. Schauen wir uns jetzt den Fall an, dass wir zwei konjugierte Doppelbindungen vorliegen haben, merken wir, dass wir bei der vollständigen Hydrierung dieser Doppelbindung nicht etwa zweimal 125 Kilo Joule pro Mol an Hydrierwärme erhalten, sondern nur noch 230 Kilo Joule pro Mol. Ja, dieser Differenzbetrag von 16 Kilo Joule pro Mol, den haben Sie in Vorlesung 5 schon mal gesehen, das ist die stabilisierende Wirkung der Konjugation. Sehen wir uns jetzt den Fall des Benzens, also drei konjugierte Doppelbindungen, so sehen wir, dass bei der Hydrierung, bei der kompletten Hydrierung aller drei Doppelbindungen nicht etwa dreimal 125 Kilo Joule pro Mol an Hydrierwärme entstehen, sondern nur noch 206 Kilo Joule pro Mol. Ja, dieser Differenzbetrag von 124 Kilo Joule pro Mol, den wir hier sehen und den wir auch schon auf der letzten Folie gesehen haben, ist genau diese stabilisierende Wirkung der Konjugation unserer Pi-Elektronen. Diesen Betrag bezeichnen wir auch als Mesomerie-Energie. Das heißt also, wir können jetzt eine Definition von aromatischen Systemen herleiten. Das heißt also, Systeme, die eine stabilisierende Wirkung durch Delokalisierung von Pi-Elektronen erfahren, bezeichnen wir als aromatisch. Das ist jetzt ein alter Begriff, liegt daran, dass viele von diesen Molekülen, wie zum Beispiel das Benzol, einen aromatischen Geruch, Eigengeruch haben. Aromatizität hier bezeichnet nicht etwa jetzt unseren Geruchssinn, sondern eine mathematische Größe. Wir zählen nämlich Elektronen. Ja, das heißt also, Pi-Elektronen-Systeme sind dann aromatisch, wenn wir 4n plus 2 Pi-Elektronen zyklisch konjugiert vorliegen haben. Ja, das ist auch die Hückel-Regel. Mit dieser Gleichung 4n plus 2 Pi-Elektronen werden wir uns vielleicht noch ein bisschen genauer befassen, aber wir können das schon mal für das Benzol hier kurz durchrechnen. Ja, die Bedingung ist, dass wir 4n plus 2 Pi-Elektronen haben. Im Benzol haben wir 2, 4, 6 Pi-Elektronen vorliegen, jeweils 2 für eine dieser Doppelbindungen. Sie sind zyklisch konjugiert, ja, lassen sich also hier entlang des Ringes verschieben. 6 Elektronen, ja, das geht natürlich auf, wenn n gleich 1, ja, 4 plus 2 sind 6 Elektronen. Also ist unser Benzene auch nach der Hückel-Regel ein Aromat. Schauen wir uns mal die Hückel-Regel anhand einiger aromatischer Verbindungen ein. Das Beispiel von Benzene haben wir gerade besprochen. Ja, in diesem Fall ist n gleich 1. Das heißt, wir haben 4 mal 1 plus 2 Pi-Elektronen vorliegen, ja, also 6 Elektronen insgesamt. Also ist Benzene eine aromatische Verbindung. Ja, wir können das Ganze auch anhand von etwas komplizierteren Kationen und Anionen hier mal durchsprechen. Hier haben wir das Zyklopropenyl-Kation, ja. Insgesamt haben wir hier 2 Pi-Elektronen vorliegen, die wir auch innerhalb des Ringes delokalisieren können. In diesem Fall ist n gleich 0, ja, 4 mal 0 plus 2 sind genau unsere 2 Pi-Elektronen. Das heißt also auch das Zyklopropenyl-Kation ist ein Aromat. Ja, beim Tropylium-Kation verhält sich das Ganze ähnlich. Ja, wir haben hier einen größeren Ring, einen 7er Ring, um genau zu sein. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pi-Elektronen, die wir auch innerhalb dieses Ringes verschieben können. Ja, in diesem Fall ist also n gleich 1, 4 mal 1 plus 2 sind 6 Pi-Elektronen. Also ist auch dieses Tropylium-Kation ein Aromat. Beim Zyklopentadienyl-Anion ist das Ganze schon ein bisschen komplizierter. Wie viele Elektronen haben wir hier innerhalb dieses Ringes? Dazu hilft uns die Betrachtung der zugrunde liegenden Orbitale. Ja, das heißt also für jede dieser Doppelbindungen haben wir hier diese senkrecht zum Sigma-Gerüst stehenden Pi-Orbitale. Das heißt also insgesamt haben wir hier 1, 2, 3, 4 Elektronen vorliegen. Das wäre erstmal nicht aromatisch, aber das Ganze ist auch ein Anion. Das heißt also sehen wir uns mal diesen Kohlenstoff hier ein bisschen genauer an. Wie viele Elektronen haben wir? Ich schalte mal kurz um. Ja, das heißt also, da ist ein Elektron mit drin. Wir haben ein weiteres Elektron in dieser Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung und ein weiteres Elektron in dieser Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung. Der Kohlenstoff selber bringt ein Elektron von zu Hause aus mit und wir haben zusätzlich noch ein weiteres Elektron aus der negativen Ladung in diesem Kohlenstoff. Das heißt also im Prinzip, was ich hier versucht habe, mehr schlecht als recht einzuzeichnen, ist ein zusätzliches Elektronenpaar in einem n-Orbital, was ebenfalls sich zu dieser Pi-Elektronen-Orbitalwolke mit ausrichten kann. Das heißt also insgesamt haben wir in diesem Pi-Elektronen-System 2, 4 und diese 2 hier, die Elektronen hier, das heißt also insgesamt 6 Elektronen in diesem Pi-Elektronen-System vorliegen. Das heißt, das erfüllt ebenfalls die Höckel-Regel, wenn n gleich 1, also 4 mal 1 plus 2 sind insgesamt 6 Elektronen in diesem Pi-System. Das heißt, wir können das Ganze auch als ein komplett delokalisiertes System darstellen und das Zyklopentadienyl-Anion ist ebenfalls ein Aromat. Wir können solche Verbindungen wie das Benzenen auch als Anulene bezeichnen. Anulene sind konjugierte Monozyklen mit der allgemeinen Formel CHX. Das heißt, je nachdem wie groß der Ring ausfällt, haben Sie hier ein anderes X. Beim Benzenen wäre das X also 6. Das heißt, wir haben hier unser 6-Anulene, also das Benzenen. In diesem Fall haben wir 6 Elektronen vorliegen, 6 Pi-Elektronen vorliegen. Nach der Höckel-Regel ist n gleich 1, das Ding ist also ein Aromat. Beim 10-Anulene haben wir 2, 4, 6, 8, 10 Pi-Elektronen. Die Höckel-Regel ist also auch erfüllt für n gleich 2, also insgesamt 10 Pi-Elektronen. Das ist also auch ein Aromat. Hier ein 14-Anulene. Auch das ist ein Aromat, wenn n gleich 3, also 4 mal 3 sind 12 plus 2 sind 14 Elektronen, 4 Elektronen in diesem System. Und das 18-Anulene, hier haben wir ebenfalls Aromatizität vorliegen für n gleich 4. 4 mal 4 sind 16 plus 2 sind 18 Pi-Elektronen. Also auch das hier ist eine aromatische Verbindung. Hier noch einige Beispiele konjugierter Alkene und Aromaten. Also alles Verbindungen, in denen eine Konjugation dieser Doppelbindungen stattfindet. Das 1,3-Butter-DGN kennen Sie bereits. Konjugation haben wir auch vorliegen beim 2-Methyl-1,3-Butter-DN oder dem sogenannten Isopren. Ebenso bei dem Benzen oder auch Benzol genannt. Oder auch bei dem Naftalin, auch bezeichnet als Naftalin. Dann haben wir hier noch das Anthrazen, ebenfalls ein Aromat. Wenn wir diesen Ring umstellen, erhalten wir das Phenantren und hier noch mal als weiteres Beispiel eines Aromaten das Benzopyren. Das Beta-Carotin hatten wir ebenfalls angesprochen. Hier haben wir eine komplette Konjugierung dieser ganzen Doppelbindungen einmal über das gesamte Molekül. Auch das ist ebenfalls ein konjugiertes Pi-Elektronen-System. An diesen aromatischen Doppelbindungen können Sie jetzt ebenfalls Chemie durchführen. Und zwar die elektrophile Substitution, die kennen Sie ja bereits. Das heißt, wir nehmen unseren Aromaten und einen Elektrophil. Und unter Einsatz eines Katalysators erhalten wir hier die Substitution eines Protons gegen unseren Elektrophil. Das funktioniert also mit der Bromierung. In diesem Fall setzen wir wieder unser Br2 ein und ein Eisensalz und substituieren dann hier unser Brom an diesen aromatischen Ring. Wie das mechanistisch abläuft, sehen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Sie können ebenfalls sulfonieren. In diesem Fall setzen wir ein SO3-Molekül ein und konzentrierte Schwefelsäure und haben dann unsere SO3H-Gruppe hier an unserem Aromaten. Das Ganze funktioniert auch bei der Nitrierung mit HNO3. Die aktive Spezies dazu ist unser NO2-Kation. Das Ganze funktioniert ebenfalls in starken Säuren und Sie bekommen dann die Nitrierung. Alkylierungen funktionieren analog. In diesem Fall haben Sie hier Ihr Alkylchlorid und unser Delta-positiver Kohlenstoff ist hierbei unser Elektrophil. Und unter Einsatz von Aluminiumchlorid bekommen Sie dann eine Alkylgruppe an Ihren Aromaten. Wie versprochen schauen wir uns die Bromierung von Doppelbindungen noch ein bisschen genauer an im weiteren Verlauf. Also hierzu noch ein bisschen Wiederholung. Die elektrophile Addition, am Beispiel dieser Bromaddition, die kennen Sie ja bereits. Das heißt, wir kriegen hier in einem ersten Schritt einen Angriff unseres Pi-Elektronenpaares durch eines der Kohlenstoffe am Brom und Sie eliminieren Ihr Bromadion, also das Bromanion. Das heißt, in einem ersten Schritt bilden Sie Ihr Bromonium-Kation und jetzt hat unser Bromid zwei Optionen. Es kann entweder einem Kohlenstoff mit dem A1-Substituenten angreifen oder einem Kohlenstoff mit dem R2-Substituenten. Das heißt, wenn Sie jetzt hier an das rechte Kohlenstoff angreifen, kommt es zu einer Ringöffnung dieses Bromonium-Kations. Sie lösen also diese Kohlenstoff-Brom-Sigma-Bindung auf und bilden dann dementsprechend per Anti-Addition Ihr Produkt. Analog dazu kann der Angriff ebenfalls das Bromid ebenfalls am linken Kohlenstoff angreifen. Dann bekommen Sie die Ringöffnung des Bromonium-Kations in die andere Richtung. Da natürlich Kohlenstoff-Kohlenstoff-Sigma-Bindung jetzt freie Rotation besteht, werden sich diese Anti-Additionsprodukte nicht voneinander unterscheiden. Aber beide Fälle können passieren. So, nach dieser kurzen Wiederholung der Bromaddition schauen wir uns mal die Bromierung eines Aromaten an. In einem ersten Schritt haben wir hier die Bildung unserer aktiven Spezies. Das heißt, wie wir schon sagten, setzen wir bei der Bromierung eines Aromaten ein Eisensalz ein. Hier das Eisenbromid. Das heißt, Sie bilden hier ein Brom-Kation. Das sehen Sie hier rechts. Und ein Eisenbrom-4-Anion. Dieses Brom-Kation ist jetzt unser Elektrophil und kann mit dem elektronenreichen Pi-Elektronensystem unseres Benzols interagieren. Und dann können Sie mechanistisch nochmal über eines der Kohlenstoffe Ihr Brom-Kation angreifen und die Addition des Broms an unseren Ring. Dabei brechen wir einen Teil dieses Pi-Elektronensystems auf und generieren hier eine positive Ladung. Das Ganze ist immer noch stabil. Das heißt, Sie können diese positive Ladung hier innerhalb des Ring. Das heißt, wir können die positive Ladung verlagern hier in diese Position. Oder dementsprechend noch eins weiter, wenn wir hier diese Doppelbindung verlagern. Dann kommen Sie hier rechts an. Und nun können wir unser Wasserstoff zum Beispiel von einer Base oder auch von einer schwachen Base abgreifen. Ja, das heißt also, Sie kappen diese Kohlenstoff-Wasserstoff-Sigma-Bindung und erhalten dann Ihren bromierten aromatischen Ring hier. Hier noch ein paar weitere Beispiele für elektrophile Substitutionen, die wir eben gerade kurz angerissen haben. Zum einen die Nitrierung eines Aromaten. Hierbei erzeugen wir unser Elektrophil, also das eigentliche Reagenz, aus der Reaktion von Salpetersäure, HNO3, und Schwefelsäure, H2SO4. Dabei erzeugen wir hier dieses Nitronium-Ion, was dann auch als Elektrophil bei der Reaktion mit unserem Aromaten funktioniert. Ja, analog zu der Bromierung, die wir eben gerade besprochen haben, haben Sie zuerst die Addition dieses NO2-Plus-Ions an den Aromaten und dann die Eliminierung unseres Protons. Und so erhalten Sie dann Ihr fertiges, nitriertes Benzol. Bei der Nitrosierung reagieren wir salpetrige Säure, also NO2-H, mit einer weiteren stärkeren Säure. Sie protonieren also hier diesen Sauerstoff und erhalten somit eine sehr gute Abgangsgruppe, nämlich H2O-Plus. Das heißt, Sie können dann auch dementsprechend Ihr Wasser hier aus diesem Molekül eliminieren und erzeugen somit hier unser Elektrophil, das Nitrosonium-Ion. Dieses kann dann wieder in analoger Weise zuerst an den Aromaten addiert werden. Ja, hier haben wir als Beispiel einen funktionalisierten Aromaten. Das heißt, Sie haben hier noch eine Amin-Gruppe hintendran und dementsprechend können Sie auch Elektronendichte verlagern. Das heißt also, wir wissen, unser Stickstoff hier hat noch ein freies Elektronenpaar. Das heißt, das können Sie dann dementsprechend umlagern. Ja, das ganze System ist komplett durchkonjugiert und Sie können dann von hier aus, also entweder die, das haben wir hier in unserer Schreibweise so verdeutlicht, Sie können diese Elektronen hier als negative Ladung anlagern oder direkt einen Angriff auf unseren Elektrophil starten. Ja, über diesen Kohlenstoff da dran, dann haben Sie das, den Elektrophil an den Ring addiert, können dann dementsprechend Ihr Proton, was dann noch an diesem Kohlenstoff dran hängt, damit erhalten Sie dann Ihr fertiges, nitrosiertes Produkt. Das letzte Beispiel auf Folie 7, Sie erinnern sich, war die Alkylierung am Aromaten. Ja, eine wichtige Reaktion, entdeckt von Charles Friedl, ein französischer Chemiker, und James Crafts, ein amerikanischer Bergbauingenieur. Die haben beide in Paris gearbeitet, wo sie dann 1877 diese Friedl-Krafts-Reaktion entdeckt haben. Dabei nehmen wir ein Alkylchlorid, ja, hier unser tertiäres Alkylchlorid und Aluminiumchlorid. Das funktioniert hier als Lewis-Säure, diesen Begriff kennen Sie vielleicht aus der allgemeinen und anorganischen Chemie. Was hierbei passiert, wir haben am Chlorid die freie Elektronenpaare und die können dann an dieses Aluminium angreifen. Ja, dabei erhalten Sie dann diese neue Aluminiumchlorid-Bindung und jetzt ist unser Chlorid auch eine sehr gute Abgangsgruppe. Ja, das heißt, Sie können hier diese Kohlenstoff-Chlor-Bindung brechen. Ihr Methyl-Kation, also die aktive Spezies in dieser elektrophilen Substitution, ja, nicht überraschenderweise funktioniert dieses Methyl-Kation jetzt auch als unser Elektrophil. Und so können Sie eine dieser Doppelbindungen nehmen, über eines unserer Kohlenstoffe an dem Methyl-Kation angreifen. Hier eine neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Sigma-Bindung, ja, unser Chlorid, was vielleicht noch in der Lösung vorhanden ist oder aus dem Aluminiumchlorid-Anion hier kommt, kann dann D-Motor abgreifen. Sie brechen dann diese Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung und erhalten Ihren alkülierten Aromaten in einem letzten Schritt. Ja, dieser Mechanismus verläuft analog zu der Bromierung, ja, ist also eine elektrophile Substitution. Zu bedenken ist bei der Friedel-Krafts-Alkülierung, dass diese im Regelfall zu Mehrfach-Substitutionen führt, ja, das heißt, Sie können sich vorstellen, an so einem alkülierten Produkt könnten wir dieselbe Reaktion noch mehrfach durchführen, ja, das heißt, Sie erhalten im Regelfall Substanzgemische. Diese Reaktion sollten Sie nicht verwechseln mit der Friedel-Krafts-Azylierung. Klingt so ähnlich, ja, aber statt einem Alkylchlorid wird dabei ein Säurechlorid plus Aluminiumchlorid eingesetzt. Bei Mehrfach-Substitutionen an aromatischen Ringen müssen wir uns über die Positionierung der funktionellen Gruppen ein bisschen Gedanken machen. Gucken wir uns das mal am Beispiel des Naftalins an. Hier sehen Sie den Naftalin-Ring, ja, also ein Aromat. Und wir können zwischen zwei verschiedenen Positionen in diesem Ring unterscheiden. Zum einen hier diese Alpha-Positionierung, das heißt, hier, dieser Kohlenstoff sieht in seiner Nähe einen weiteren SP2-Kohlenstoff mit einer CH-Bindung. Und zum anderen haben Sie hier einen Kohlenstoff, der keine eigene Wasserstoffgruppe angeschlossen hat, ja, der ist SP2-hybridisiert und hat in seiner Umgebung jeweils drei Kohlenstoffatome. Das heißt, wenn Sie jetzt an diesem Naftalin-Sulfonieren, ja, mittels konzentrierter Schwefelsäure, dann bekommen Sie zwei Konstitutionsisomere. Sowohl die Alpha-Naftalin-Sulfonsäure als auch die Beta-Naftalin-Sulfonsäure. Ja, je nachdem, wo diese Substitution stattgefunden hat, ob in Alpha- oder in Beta-Positionen. Ja, bei zwei oder mehreren Substituenten am Aromaten können wir ebenfalls die relative Lage der zweiten Gruppe betrachten. Ja, das heißt, in einem Phenylring unterscheiden wir zwischen drei verschiedenen Positionen relativ zu dieser X-Gruppe. Das ist zum einen die Orthoposition, die ist direkt da dran. Dann die Paraposition, die liegt der X-Gruppe gegenüber. Und die Metaposition, ja, Meta, das wissen wir bereits, bedeutet dazwischen. Also zwischen der Ortho- und der Paraposition. Das heißt also, wir können entweder mehrfach substituierte Aromaten durch Ortho-, Meta- oder Para beschreiben oder dementsprechend auch Zahlen zuordnen. Das heißt, das 2-Brom-Toluene wäre in diesem Fall unser Ortho-Brom-Toluene. Ja, das heißt also, dass der Bromsubstituent ist Ortho- zu dieser Methylgruppe. Hier in diesem Fall haben wir ein 1,3-Dinitro-Benzin, ja, oder das Meta-Dinitro-Benzin. Ja, die Gruppen liegen Meta zueinander, also durch einen SP2-Kohlenstoff getrennt. Und schlussendlich haben sie hier die 4-Toluene-Sulfonsäure. Ja, in diesem Fall befindet sich unsere Sulfonsäure-Gruppe in der vierten Position nahe des Rings. Also nummerieren wir mal durch. Beginnend hier 1,2,3,4. Ja, also die vierte Position liegt dieser Methylgruppe gegenüber. Ist also hier nach unserem Positionierungsdiagramm PARA gelegen. Also können wir das Ganze auch als PARA-Toluene-Sulfonsäure bezeichnen. Auf Folie 4 haben wir uns über Mesomerie im Kontext der Mesomerie-Energie beim Benzol unterhalten. Hier beleuchten wir diesen Mesomerie-Effekt oder den sogenannten M-Effekt. Der bezeichnet die Fähigkeit eines Substituenten, also einer funktionellen Gruppe, an dieser Delokalisierung von Pi-Elektronen von benachbarten Doppelbindungen mit teilzunehmen. Ja, das sehen wir hier an diesem Beispiel. Wir haben hier eine Aldehyd-Gruppe an unserem Phenylring. Und wir wissen auch, ja, Sauerstoff ist ein elektronegatives Element. Das möchte Elektronen an sich ziehen. Das heißt, wir haben hier auch einen messbaren Dipolmoment. Ja, das heißt, Elektronen werden in die Richtung diese Substituenten gezogen. Das heißt, jetzt können Sie auch Elektronendichte aus dem Pi-Elektronen-Ringsystem in diese funktionelle Gruppe delokalisieren. Ja, das heißt, in diesem Fall würde die eine dieser Doppelbindungen hier umgelagert werden. Und Sie erhalten eine echte negative Ladung an Ihrem Sauerstoff. Ja, und lokalisieren dann eine Delta-positive oder auch eine reelle positive Ladung innerhalb des Rings. Ja, das Ganze ist stabil. Das heißt, Sie können diese Ladung jetzt auch innerhalb des Rings verteilen durch Umlagerung dieser Doppelbindung. Das kennen Sie ja bereits. Das heißt, jetzt haben wir im nächsten Schritt unsere positive Ladung in die Paraposition gebracht. Und durch erneute Umlagerung dieser Doppelbindung hier landet die positive Ladung dann in der Orthoposition. Das Ganze funktioniert auch mit anderen Substituenten. Ja, hier in diesem Fall haben wir eine Amin-Gruppe. Die hat ein freies Elektronenpaar und kann es an den Ring abgeben. Ja, das heißt, in diesem Fall verlagern wir dieses freie Elektronenpaar hier in diese Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung und können dann dementsprechend Elektronen innerhalb des Ringsystems lokalisieren. Durch diese negative Ladung hier in Orthoposition. Ja, die kann dann dementsprechend auch weiter wandern. Ja, das heißt, sie bilden hier im Prinzip im nächsten Schritt ihre Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung und lokalisieren ihre negative Ladung in Paraposition. Und dann dementsprechend können sie diese negative Ladung auch wieder in die zweite Orthoposition bringen. Das Ganze funktioniert ebenso direkt an das Pi-Elektronensystem angeschlossene Sauerstoffgruppe haben. Ja, also hier zum Beispiel eine Alkoholgruppe, eine OH-Gruppe. Auch hier haben wir wieder freie Elektronenpaare zur Verfügung, die wir in den Ring schieben können. Ja, das heißt, hier haben wir einen Dipoleffekt in diese Richtung. Dementsprechend können wir auch hier wieder die negative Ladung innerhalb des Ringes stabilisieren, jeweils in den Ortho- und Parapositionen. Bei Halogenen, wie zum Beispiel hier der einen Chlorsubstituenten, auch hier haben wir wieder freie Elektronenpaare und einen Dipole, der in Richtung des Phenylringes zeigt. Auch hier funktioniert wieder die Delokalisierung in Ortho- und Parapositionen analog. Dieser Mesomerie-Effekt beruht also auf dem Prinzip, dass Atome in Konjugation zueinander stehen. Ja, dabei unterscheiden wir zwischen einem Plus-M-Effekt. Ja, dabei muss ein freies Elektronenpaar vorhanden sein, so wie bei den letzten drei eben besprochenen Beispielen. Ja, und diese freien Elektronenpaare können dann von benachbarten Pi-Orbitalen aufgenommen werden. Ja, sehen wir uns das Ganze mal hier für ein Beispiel einer Doppelbindung und eines Substituenten X an, an dem ein freies Elektronenpaar ist. Ja, dann können wir dementsprechend dieses freie Elektronenpaar hier delokalisieren. Wir bilden eine neue Doppelbindung zum Kohlenstoff und können dann dementsprechend unsere negative Ladung hier an dem anderen Kohlenstoff verorten. Ja, das heißt in diesem Fall haben wir hier unser freies Elektronenpaar dargestellt hier als dieses blaue Orbital und können dann jeweils ein Elektron hier in dieses Pi-Elektronensystem abgeben und dann hier an dem terminalen Kohlenstoff eine echte negative Ladung verorten und an unserem X, ja, das dann natürlich ein Elektron zu wenig hat, weil es es eben abgegeben hat, eine echte positive Ladung. Demgegenüber steht der Minus-M-Effekt, ja, dabei muss die Gruppe, ja, die an diesem konjugierten Pi-Elektronensystem hängt, in der Lage sein, Pi-Elektronen aufzunehmen. Ja, das heißt also häufig haben wir dort auch elektronegative Elemente, ja, so wie wir es eben gerade an dem Beispiel des Aldehyls gesehen haben oder auch Kationen, das heißt hier in diesem Fall haben wir Substituenten XY, ja, das heißt sie können dann Elektronen aus der Doppelbindung herausholen, hier eine neue Kohlenstoff-X-Doppelbindung machen, diese XY-Doppelbindung aufbrechen und dann dementsprechend hier eine negative Ladung und am Kohlenstoff am Anfang eine positive Ladung verorten. Das heißt also auch hier wieder, wie sieht das Ganze von der Orbitalbetrachtung aus, wir haben hier unser Pi-System und hier unseren XY-Substituenten, ja, auch hier nehmen wir mal eine Doppelbindung zwischen X und Y an, das heißt also die Überlappung von zwei P-Orbitalen und auch hier rutscht wieder ein Elektron, das wir hier in dieser Doppelbindung haben, jeweils einmal durch, ja, und sie haben dann hier eine echte positive Ladung an dem Kohlenstoff und eine negative Ladung an unserem Y, ja, das Ganze funktioniert natürlich in beide Richtungen, das heißt hier in diesem Fall können Sie dann die einzelnen Grenzstrukturen herbeileiten, indem Sie die Elektronen wieder zurück umlagern. Analog bei dem positiven M-Effekt funktioniert das genauso, das heißt so kommen dann diese, diese, diese beiden Mesomere zustande. Wie wir also auf Folie 13 schon gesehen haben, haben Substituenten an Aromaten auch einen Einfluss auf die Regioselektivität bei der elektrophilen Substitution, ja, Sie erinnern sich von Folie 13, je nachdem, ob wir einen Plus-M-Effekt oder einen Minus-M-Effekt haben, können wir eine negative Ladung an verschiedenen Positionen im Ring verorten oder dementsprechend auch eine positive Ladung an bestimmten Positionen in einem Ringsystem verorten. Ja, schauen wir uns das Ganze mal am Beispiel vom Anisol an, ja, hier in diesem Fall haben wir eine Metoxi-Gruppe als Substituent und jetzt gibt es zwei Betrachtungen, die wir unternehmen müssen, ja, zum einen haben wir einen negativen induktiven Effekt dieser Gruppe, das wissen wir, die ist nämlich elektronegativer, der Sauerstoff ist elektronegativer als der Kohlenstoff, aber zum anderen haben wir ebenso hier am Sauerstoff unsere freien Elektronenpaare, das heißt wir haben einen positiven M-Effekt, ja, und der M-Effekt überwiegt stets diesen induktiven Effekt, den wir in den ersten Vorlesungen schon mal kennengelernt haben. Das heißt in diesem Fall haben wir einen Net-Dipol-Richtung des Phenylrings und wir können dementsprechend auch dieses freie Elektronenpaar hier umlagern, das heißt wir bilden hier wieder unsere Sauerstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung und können unsere negative Ladung hier zum Beispiel in Paraposition bringen. Ja, können wir dementsprechend jetzt auch diese negative Ladung umlagern, ja, und zwar zum Beispiel hier hin, dann erzeugen Sie hier diesen ersten Fall mit der negativen Ladung in Orthoposition, ja, und dementsprechend, wenn Sie in die andere Richtung gehen, haben Sie ebenso die negative Ladung in Orthoposition. Das heißt also ein Substituent mit einem positiven M-Effekt dirigiert eine elektrophile Substitution in die Ortho- oder in die Paraposition. Analog gucken wir uns mal, dass in diesem Fall hat die Nitro-Gruppe einen negativen induktiven Effekt, ja, das wissen wir auch wieder aus der Differenz von Elektronegativitäten, aber auch einen negativen M-Effekt, ja, und wie wir schon sagten, der M-Effekt überwiegt stets den induktiven Effekt, ja, das heißt also hier in diesem Fall können wir eine positive Ladung auf den Phenyl-Substituenten verteilen, indem wir hier diese Doppelbindung zum Beispiel umlagern zu einer Kohlenstoff-Stickstoff-Doppelbindung. Dementsprechend brechen wir hier diese Stickstoff-Sauerstoff-Bindung auf, ja, Sie erhalten dann hier dieses Mesomer mit einer positiven Ladung in Orthoposition. Wir machen der Umlagerung dieser positiven Ladung, ja, das heißt in diesem Fall bekämen Sie hier die positive Ladung in Paraposition und auch hier wieder können wir das Ganze umklappen und Sie bekommen die positive Ladung wieder in Orthoposition. Sprich, für eine elektrophile Substitution steht jetzt eigentlich nur noch die Metaposition zur Verfügung, ja, das heißt also an diesen Kohlenstoffen hier, in dem da, in dem da, haben wir nennenswert Elektronendichte, ja, hier als Delta-Minus, das heißt also auch nur diese beiden Positionen, ja, also die Metaposition steht für eine elektrophile Substitution zur Verfügung, ja, das heißt also zusammenfassend, der Plus-M-Substituent wirkt aktivierend, der Minus-M-Substituent wirkt deaktivierend für die elektrophile Substitution. Hier noch ein paar Beispiele für einige wichtige funktionelle Gruppen, die entweder ein Plus-M- oder ein Minus-M-Effekt vorweisen, ja, da haben wir am extremen Ende dieses Plus-M-Effektes Gruppen mit einer echten negativen Ladung, wie hier zum Beispiel das O-, das S- oder ein Stickstoff mit einer echten negativen Ladung, das heißt also hier haben sie sehr viel Elektronendichte, die auch sehr leicht an den angeschlossenen Phenylring abgegeben werden kann, ja, mit Stickstoff, Schwefel und Sauerstoff in einem ungeladenen Zustand funktioniert das auch noch ganz gut, ja, so hier sind unsere R-Gruppen jeweils ein Wasserstoff oder ein Alkylrest, ja, das heißt also wenn diese Gruppen an einen Benzolring gebunden sind, haben sie einen positiven M-Effekt, wenn sie das woanders angeschlossen haben, ist dieser M-Effekt eher schwach, ja, und das Ganze funktioniert auch besonders gut mit den Halogenen, ja, das heißt also hier haben sie jeweils drei freie Elektronenpaare um diese Halogene herum, das heißt auch hier wieder ein positiver M-Effekt. Demgegenüber noch mal ein paar Beispiele von funktionalen Gruppen mit negativen M-Effekt, ja, da haben wir schon gesehen, Karbonylreste wirken Elektronen abziehend, ja, das heißt so hier, wenn wir hier einen Phenylring an diese Karbonylgruppe angeschlossen haben, dann können sie Elektronen umlagern aus dem Ring heraus zu diesem Sauerstoff hier, Sulfonyl verhält sich da ähnlich, das heißt auch hier wieder haben wir einen Dipo-Moment Richtung Sulfonylgruppe, ja, das heißt also diese Gruppe wird Elektronen aus dem angeschlossenen Pi-System akzeptieren, genauso verhält er sich auch mit den Nitrosubstituenten oder Nitrosubstituenten und ebenso beim Cyanid, ja, dass wir hier eine angeschlossene Doppelbindung haben, zum Beispiel aus einem Ring-System, ja, dann können sie hier diese Doppelbindung umlagern zu einer neuen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung und dann bekommen sie hier eine Kohlenstoff-Stickstoff-Doppelbindung und eine echte negative Ladung am Endstickstoff in der mesomeren Struktur. Wir können also funktionelle Gruppen mit unterschiedlichen Plus-M- oder Minus-M-Effekten auf einer fließenden Skala einordnen, die von sehr guten Elektronendonoren reicht bis zu sehr guten Elektronenakzeptoren. Das heißt also auch hier wieder, sobald wir funktionelle Gruppen mit echten negativen Ladungen haben, sind das sehr gute Elektronendonoren. Das Ganze funktioniert auch sehr gut, wie hier zum Beispiel mit unseren Aminen, da haben wir jeweils unser freies Elektronenparmstickstoff, welches in ein angeschlossenes aromatisches System abgegeben werden kann. Sauerstoff verhält sich ähnlich, Sauerstoff selber ist natürlich ein bisschen elektronegativer als der Stickstoff, kann aber auch immer noch sein freies Elektronenpaar an ein angeschlossenes konjugiertes System abgeben. Hier beim Amid funktioniert das, das heißt sie haben hier am Stickstoff ihr freies Elektronenpaar, das kann natürlich jetzt auch in dieser Amidbindung abgegeben werden oder verschoben werden. Aber auch in ein angeschlossenes aromatisches System. Phenyl selben M-Effekt, sobald sie in Richtung von Alkanketten oder Wasserstoff kommen, haben sie oder einem CO2-Substituenten, dann haben sie keinen eindeutigen M-Effekt mehr. Chlor, immer noch ein Plus-M-Effekt, ja, und auch beim Gruppenbrom, also wie bei allen Halogenen, wie wir vorhin angesprochen haben, auch hier haben wir freie Elektronenpaare, die sich an dem Pi-Elektronensystem beteiligen können. Sobald wir dann in die Richtung von positiven Ladungen, wie zum Beispiel hier an unseren Stickstoffen kommen, haben wir einen negativen M-Effekt, ja, das heißt also hier werden Elektronen aus dem angeschlossenen Pi-Elektronensystem rausgezogen. Hier dasselbe auch für unsere Carbonyle, ja, wie zum Beispiel das Aldehyd, in dem Fall, dass die Restgruppe ein Wasserstoff ist, den Fall haben wir ja schon besprochen, das Ganze ebenfalls für die Sulfonsäure-Reste oder auch für unsere Nitrile. Und am extremen Ende dieser Skala haben wir die Nitratgruppe als sehr guten Elektronen-Akzeptor. Elektrophile Substitutionen am Aromaten haben wir also hoffentlich jetzt verstanden. Ja, widmen wir uns also jetzt der nukleophilen Substitutionen am Aromaten. Der prinzipielle Reaktionsmechanismus ist hier so mal ein bisschen aufgezeichnet. Sie haben einen X-Substituenten an Ihrem Aromaten, setzen einen Nukleophil ein und möchten im Prinzip hier diese X-Gruppe austauschen gegen Ihren Nukleophilen. Ja, das ist allerdings ein vollkommen anderer Mechanismus als den, den wir bei der nukleophilen Substitutionen an Alifaten in den ersten paar Vorlesungen bereits mal kennengelernt haben. Und der Grund dafür liegt in der Konfiguration der Molekülorbitale an so einem Ring. Ja, das heißt also, sehen wir uns mal hier zum Beispiel ein SN2-Analog an. Ja, das heißt also einen direkten Angriff unseres Nukleophils in dieser Sigma-Sternchen-antibindenden CX-Bindung an. Ja, wir sehen dieses Sigma-Sternchen-Orbital zeigt im Prinzip in Richtung Ring. Ja, direkt darüber ist ganz viel Elektronendichte. Das heißt also, unser Nukleophil schafft es gar nicht erst, dieses Orbital irgendwie zu sehen oder damit irgendwie zu interagieren. Ja, das heißt also, in einem SP2-hybridisierten Kohlenstoff funktioniert SN2 so einfach nicht. Ja, man könnte sich jetzt natürlich überlegen, wie wäre es mit einer SN1. Ja, das heißt also, zur vorige Vorlesung stellen wir uns vor, dass unsere X-Gruppe wäre eine sehr gute Abgangsgruppe. Ja, also man würde im Prinzip hier diese Kohlenstoff-X-Bindung auf irgendeine Art und Weise, indem wir X in eine sehr gute Abgangsgruppe verwandeln. Auch das wird nicht gehen. Ja, denn Sie können kein Kation in so einem SP2-Orbital stabilisieren. Sie erinnern sich, wir mussten diese positive Ladung in ein P-Orbital packen, am SP3-hybridisierten Kohlenstoff. Ja, das heißt also, hier in diesem Fall wäre dieses Kation in einem SP2-Orbital sehr energiereich und instabil. Ja, das heißt also, weder SN2 noch SN1 funktionieren auf diese Art und Weise. Stattdessen, was passiert, ist der Additions-Eliminierungsmechanismus, den wir uns hier mal ein bisschen genauer anschauen. Das heißt also, wir haben hier eine Gruppe, eine NO2-Gruppe in Paraposition zu unserem X, das wir substituieren möchten. Und wir wissen ja schon, ja, die NO2-Gruppe, die zieht Elektronendichte aus dem Ring ab. Können wir an diesem Kohlenstoff hier angreifen. Das Ganze wird befördert durch die Elektronen akzeptierende Wirkung des NO2-Substituenten. Und dementsprechend erhalten wir auf der Seite unseren Zwischenzustand. Ja, das heißt also, hier haben Sie jetzt sowohl den X-Substituenten als auch unseren Nukleophil an einem SP3-hybridisierten Kohlenstoff. Das Ganze, das Sie jetzt hier in die NO2-Gruppe verlagert haben, die nimmt noch an dem gesamten P-aromatischen System noch teil. Das heißt, Sie können das Ganze genauso gut auch wieder zurückverlagern. Ja, das heißt also, Sie haben dann hier eine negative Ladung in diesem Teilbereich dieses Rings. Neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung bilden und dementsprechend diese Kohlenstoff-X-Bindung brechen. Ja, das heißt, Sie haben im Anschluss Ihr X- und haben somit Ihre Substitution vollbracht. Ja, das heißt also, in einem ersten Schritt, verdeutlicht hier, ja, addieren wir unser Nukleophil und im zweiten Schritt eliminieren wir die bessere Abgangsgruppe, hier in diesem Fall unser X, um diese komplette nukleophile Substitution hier zu einem Abschluss zu bringen. Auf der letzten Folie haben wir den Addition, jetzt spielen wir das Spiel ja immer andersrum, und zwar den Eliminierungsadditionsmechanismus. Ja, in diesem Fall setzen wir eine starke Base ein, hier unser Natriumamid. Das zerfällt relativ leicht in ein Na+, und ein NH2- und Sie können Ihr Wasserstoff abgreifen, ja, und Sie bilden hier Ihren Ammoniak. Das heißt aber auch dann, dass wir diese Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung aufbrechen und eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Dreifach-Bindung in diesem Ring formen. Ja, da nun jetzt der Kohlenstoff hier mit diesem Punkt markiert, jetzt fünf Bindungen hätte, was natürlich völlig unmöglich ist, müssen wir diese Kohlenstoff-Chlor-Bindung ebenfalls aufbrechen. Und dadurch eliminieren wir dann, ja, also unser Chlor-Minus und unser Natrium-Plus, die kombinieren dann zu unserem Tafelsalz Natrium-Chlorid. Das heißt also, in einem ersten Schritt erhalten Sie die Eliminierung des Chlorids, ja, oder der Chlor-Abgangsgruppe, und Sie bilden hier diese Dreifach-Bindung. Diese kann nun von einem weiteren NH2- hier aus unserem Natrium-Amid jeweils von oben oder von unten, also von einem einen Kohlenstoff oder einem anderen Kohlenstoff angegriffen werden, und Sie formen dieses Reaktionsgemisch. Ja, chemisch normalerweise nicht zu unterscheiden, ja, nach dieser Addition markieren wir aber diesen Kohlenstoff, den ich hier mit diesem Punkt eingezeichnet habe, mit einem 13C-Isotop, dann sehen wir tatsächlich, ja, dass dieses Reaktionsgemisch entsteht. Das heißt also, ein Übergangszustand mit dieser, ja, sehr reaktiven und sterisch nicht sehr glücklichen Dreifach-Bindung in diesem Sechsring, der muss tatsächlich existieren, eben weil wir dieses Reaktionsgemisch bilden, bei dem die Amin-Gruppe in jeweils der markierten und der nicht markierten Position im Sechsring endet. So, das war ganz schön harter Stoff, ich hoffe, Sie sind gut mitgekommen. Mit hartem Stoff geht es allerdings auch weiter, denn wir schauen uns in der nächsten Vorlesung die Chemie von Alkoholen und Aminen an, ja, und gucken dann auch, was bei der Oxidation von Alkoholen für Stoffe bei rauskommen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.